Moin Leute und heute Weihnacht ist sehr in GTA Online, denn es wurden drei neue Fahrzeuge hinzugefügt, ein neues geheimes Fahrzeug wurde hinzugefügt und außerdem Leute, wir haben Steh. Aber dazu später, bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen, aber ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Wir fangen einfach mal mit den drei neuen Fahrzeugen an. Das erste Fahrzeug, was hinzugefügt wurde, können wir auch South San Andreas finden, nämlich den Dinka Vento Modern. Ja, es ist die moderne Version, gegensatz zum Vento Classic, den wir schon kennen, also auch ein Go-Kart. Dieses Kart kann man natürlich für 995.000 GTA-Dollar kaufen und natürlich auch im Los Santos Customs auftunen. Naja, die Turing-Teile sind ehrlich gesagt jetzt nicht so krass besonders, man kann relativ viele Designs draufklatschen, aber ansonsten behält es sich relativ normal wie zu der Classic-Version. Aber natürlich immer wieder noch relativ lustig, dass es ein Sportwagen ist, also Sportwagenrennen, da mitzufahren, naja, Leute, ich glaube, ihr gewinnt damit nicht. Aber generell ist es doch ein sehr, sehr cooles und lustiges Fahrzeug, kann man auf jeden Fall bei Open Lobby relativ viel Spaß haben. Aber das nächste Fahrzeug, was für hinzukommen, kennt ihr vielleicht schon aus 9 Heist, denn das steht nämlich da einfach so rum. Es ist nämlich der Grotti Briroso 300. Der kostet normalerweise 610.000 GTA-Dollar, aber Leute, aktuell ist er gratis. Deswegen, Leute, schlagt einfach zu, ein richtig cooles Fahrzeug. Und dieses Fahrzeug, naja, vielleicht kennt ihr es ja, es ist der alte Fiat 500 in der Realität. Und Leute, das hat tatsächlich relativ viele Turing-Teile. Ihr könnt das sogar so gesehen zum Rallye-Auto umtrösten. Aber in meinem Fall, Leute, habe ich gesagt, nee, das ist einfach ein normaler Klassiker, einfach ein klassisches Auto. Es soll original bleiben, in meinem Fall. Aber was ziemlich cool ist, Leute, ihr könnt sogar das Fahrzeug komplett zum Cabriolet machen. Also, einfach Dach abgesägt, so gesehen. Seht mich ziemlich cool. Ich feiere das Auto extrem, auch wenn man natürlich dafür eigentlich, ehrlich gesagt, keinen Nutzen hat. Es ist einfach nur ein Spaß-Auto und vor allen Dingen jetzt gratis. Also, einen geschenkten Gausch hat man ja nicht ins Mal oder sowas ähnliches. Deswegen, Leute, gönnt euch das Fahrzeug. Es ist gratis. Es ist irgendwie cool, Retro-Style. Deswegen absolut meine Empfehlung. Aber das nächste Fahrzeug, was ihr vielleicht schon gehofft habt, dass es bald erscheint. Denn manche von euch dürfen es wahrscheinlich schon längst in GTA Online mal gesehen haben. Es ist ein Sportwagen. Der aber irgendwie aussieht wie ein Supersportwagen. Es ist der Grotti Itali RSX. Ja, Leute, das Fahrzeug ist ein Sportwagen. Und zwar von Ferrari. Und Leute, die es von euch kennen, die mussten diesen Wagen von Moody Man wieder zurück besorgen. Also ist es ja so gesehen sein Fahrzeug. Und wenn ihr diese Mission schon gespielt habt, Leute, könnt ihr das Fahrzeug billiger kaufen. Also für ca. 2,6 Millionen GTA Lois. Aber Leute, falls ihr es nicht gemacht habt, dazu zähle ich leider dazu, dann müsst ihr leider 3,5 Millionen Dollar zahlen. Und das ist schon irgendwie recht habisch. Deswegen, Leute, am besten wartet ihr einfach, bis ihr die Mission mal kurz getriggert habt, dass ihr sie spielen könnt. Und dann habt ihr es auch deutlich günstiger. Aber Leute, das Fahrzeug lohnt sich auch zu kaufen. Auch wenn es ein relativ teures Fahrzeug ist. Es hat extrem viele Tuning-Teile. So viel kann man jetzt schon mal dazu sagen, dass es viele Tuning-Teile hat. Es lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen. Und Leute, es sieht einfach bombastisch aus. Was soll man dazu sagen? Die Felgen lackieren sich mit eurer Farbe, was ich persönlich immer sehr, sehr cool finde. Und ihr habt einfach wirklich extrem viele Möglichkeiten bei diesem Fahrzeug ist, so zu gestalten, wie es euch gefällt. Also von diesen drei Fahrzeugen hat dieses Fahrzeug die meisten Tuning-Teile. So viel kann man schon mal dazu sagen. So Leute, das waren jetzt die drei Fahrzeuge, die ihr euch so gesehen kaufen könnt, auch wenn eins gratis war. Aber ihr seht jetzt auch schon im Hintergrund, dass jetzt Schnee in GTA Online hinzugefügt wurde. Und natürlich, die Sache ist jetzt die, der Schnee bleibt natürlich nur über Weihnachten, verschwindet dann wieder und kommt dann wieder zu Silvester. Und nach Silvester verschwindet es wieder für knapp ein Jahr lang. Deswegen nutzt es aus, macht Schneeballschlachten, denn ihr könnt mit der rechten Falltasse, wenn ihr einfach so steht, euch Schneebälle aufsammeln. Aber Leute, ich habe ja gesagt, es gibt auch ein geheimes Fahrzeug, was ihr euch freischalten müsst und es dann bekommt. Und Leute, dieses Fahrzeug bekommt ihr nur, wenn ihr zwei wieder Missionen von English Dave, also das ist euer Auftraggeber so gesehen. Wenn ihr von den zwei Missionen spielt, könnt ihr diesen VW-Wagen, den ihr jetzt hier gerade seht, sehr, sehr hippiemäßig, aber auch irgendwie recht cool, könnt ihr dieses Fahrzeug bekommen. Und das ist richtig cool, Leute. Also ich feiere dieses Fahrzeug sehr. Ich habe die Mission noch nicht gemacht, sonst könnt ihr euch das direkt zeigen. Aber ich werde dazu natürlich einfach ein separates Video hochladen. Deswegen, Leute, haltet die Augen offen nach English Dave, dass ihr euch ein paar Aufträge gebt und dann kriegt ihr dieses, ja, drogenverseuchtes Auto wahrscheinlich. Aber egal, Leute, das ist einfach mal was Neues und was Cooles. Also das freue ich mich eigentlich am meisten drauf, wenn ich das Fahrzeug habe. Deswegen gönnt euch euch einfach mal. Und das war es eigentlich generell schon, was diesen Dienstag hinzugefügt wurde. Es sind also so gesehen vier Fahrzeuge hinzugefügt worden. Es ist Schnee in GTA Online, natürlich ein neues Podestfahrzeug im Casino und so weiter, bla bla bla. Aber das ist ja weniger interessant. Deswegen, Leute, wenn euch dieses kleine Informationsvideo zu den neuen Fahrzeugen gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, damit verpasst ihr keine krassen Informationen mehr rund um GTA Online. Aber ich würde mal sagen, ich bin raus. Ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Euer Wombat. Ciao.